Ich komme da doch nicht hoch. Das ist total unfair, ey. Vielleicht gibt es da irgendwie einen Trick, wie man das machen kann. Aber ich kenne ihn nicht als Anfänger. Also leck mich, du dummer scheiß Diamant. Ich habe sowieso jetzt einfach nur Lust, diese Mission endlich zu machen. Und nicht irgendwie das sinnlos irgendwelche Wachposten zu zerstören. Nee, nee, das wäre mir gar nicht gefallen. Oh, toll, wir müssen ihn jetzt nehmen. Ah, irgendwas ballert schon wieder auf mich. Irgendwas ballert wieder mal auf mich. Das sind solche Vollidioten, ey. Da, toll, mein Motor brennt. Kann ich da irgendwie was machen mal? Hier. Ja, kann ich. So. Echte Handarbeit hier. Oh, nerven diese Typen. Oh, werden die noch nerven. Jetzt geht es einfach mal weiter. So, weiter. Das ist ja nicht mehr zum Kommen. Oh, ich mache mir auf jeden Fall einen Safe-State. Ich habe keinen Bock, die ganze Scheiße schon wieder zu machen. Und speichern. Und speichern. Und annehmen. So. Und jetzt bin ich da. So. Oh, ich kann wieder zurückfahren. Oh, so ein Scheiß, ey. Ich hasse dieses Spiel ja schon. Nein, eigentlich nicht. Noch geht's. Nervt zwar teilweise sehr. Ah, nee. Ähm. Ich komm hier gar nicht hin. Spiel verarsch mich nicht. Äh. Nee, ich muss da unten wieder landen. Und dann die andere Richtung gehen. Ah, ich seh doch nichts. Und dann muss ich da unten lang. Und dann... Meine Frage ist auch, wie identifizieren die mich so schnell? Ich mein, ja, hängen hier überall Steckbriefe von mir, wie in Assassin's Creed oder was? Wäre cool, wenn man dagegen mal was tun könnte. Denn da sind wieder irgendwelche Idioten drin. Ich schaff ganz einfach mal nicht. Ich fall's auch auf die Weite. Ja, ich hab's schon gehört. Ein Shotgun oder sowas. Ja, ich hab den Motor gehört, das ist die Fahne mir hinterher. Die fallen mir. Oh, nee. Nee. Schon wieder. Ja, wie viele, wie viele? Wie viele? Oh, nee, ich muss mich heilen. Wie viele hier nicht sind. Ich geh mal hier wieder hoch. Aber irgendwie hast du ja nicht das Gefühl, die nie zu treffen. Oh, da ist wohl, der ist explodiert. Mal gucken, ob mein Fadenkreuz irgendwo rot wird. Oh, weit gleichzeitig explodiert. Schön. Gut. Kann ich jetzt bitte einfach weiterfahren? Ah, der Motor sieht auch nicht super aus, als... Aber erst mal hier weg. Meine Güte, ey. Das ist vielleicht ein Aufwand, hier irgendwie zu einer Mission zu kommen. Ja, wenn... Da vorn sind wieder welche. Stirb. Tausend Leute, überall. Das find ich beschissen. So, ich muss mal hier kurz den Motor reparieren. Oh, ist das beschissen. Wobei Far Cry 2 ja eigentlich als so gutes Spiel empfunden wurde von der Presse. Ich hab schon wieder was gehört. Wo? Wo? Da. Und schon wieder, Leute. Ganz ehrlich, ich find's zum Kacken. Fall einfach rein. Oh, jetzt ist mein Ding's grad ein bisschen überladen. Ich muss hier aussteigen. Wie viel haltet ihr aus? Ihr seid echt die totalen Wichser. Ich hab wieder was gehört. Wo? Ich seh die Leute einfach nicht, aber wieso sehen die mich? Wo? Wo? Komm her. Da. Wo seid ihr euch schon wieder was? Überall, Leute. Überall. Aber ich hab keinen Bock auf jeder Fahrt gleich äh 1000 Wachposten zu bekämpfen. Überall, Leute. Hör auf zu laufen. Danke. Munition bräuchte ich auch bald wieder. Mal gucken, was hier so abgeht. Du hast doch ne Waffe, ne? Gib mir mal die Munition. Danke. Okay. So. Alter. Heilstation könnte ich auch gebrauchen. Mal ne Runde. Hier ist ja ne... Ist das was? Ja, da ist was. Na bitte. Gib mir. Danke. Jetzt muss ich wieder mein Auto finden. Oder hab ich hier ein Auto? Für mich. Ah, da ist auch eins. Nehme ich das. Wie weit ist es denn jetzt noch? Ähm. Na geht. Geht so. Ich muss jetzt hier... Links weiter, denke ich. Ja. Aber bei meinem Weg ging es ja nicht weiter. Oh, Mensch doch. Das ist ein Terror. Alles nur Terror. Jo. Ich bin auf dem richtigen Weg. Dann einfach nur noch für die Straße folgen. Und jetzt da rechts. Und dann dürfte ich auch bald beim Konvoi sein. Damit wir den endlich abballern können. Dann ist meine Aufnahmezeit auch schon fast wieder vorbei. Na toll. Dann mach ich noch so ein paar Nebensachen. Boah, wird das ein langes Projekt. Da vorne ist wieder ein Wachposten. Den versuche ich jetzt aber erstmal auszuspähen. So wie, äh... Ich das da mit ganz am Anfang immer gemacht hab. Das ist eine scheiß Waffe. Ähm. Hat auf jeden Fall Ladehemmung. Also die ist sehr rostig. Ja, so kann man das sagen. So. Wollen wir nochmal hier gucken. Okay, da hinten ist einer bei... Bei dem... Punkt, da kann ich den irgendwie mal anvisieren. Nein, kann ich nicht. Da nicht. Oh. Ja, genau. Genau, die hab ich mal hier entdeckt. Jetzt kann ich hier wieder... Schön irgendwie... Wo. Wenn ich einfach nur mal wüsste, wo. 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 Einfach nur wo. Wo. Da. Da. Da hinten. Scheiß Scharfschützen. Ich muss mir unbedingt ein Scharfschützengewehr kaufen. Wo seid ihr. Ich beobachte grad sehr genau die Umgebung. Down. Irgendwie. Oder? Nein. Down. Stirb doch endlich mal. Ich sterb ja schneller als du. Und das ist ungerecht. Weil ihr tausend Leute seid. Oh, ich bin echt... Irgendwie hab ich Bock, den Schwierigkeitsgrad auf leicht zu stellen. Ja. Genau. Gibt mir ne Spritze hier. Pürschen wir uns mal an. Aber hier gibt's ja keinen Pürschen, denn die KI weiß sofort, wo wir sind. Ist das doch einer? Das sah total so aus. So. Den haben wir. Ich muss auf jeden Fall mehr in den Nahkampf gehen. Seid ihr. Seid ihr. Hier drin ist irgendwie ein Diamant. Aha. Was ist das? Das ist explosiv. Das ist ein Radio. Ah, dahinter. Das geht also. Ist auch schon mal geklärt. Diamant, gib her. Aber ich hab das Gefühl, hier ist noch einer. Irgendwo ist hier auch noch einer. Wo seid ihr? Was ist das? Was steht richtig? Da dr... Ich bin froh.